ja schönen guten abend liebe potbolzer community liebe msv fans da draußen bevor ihr und normalerweise kennt ihr das ganze ja immer also eine neue folge potbolzers 1902 und so weiter gibt es natürlich aus aktuellem anlass natürlich auch ja vielleicht noch mal so ein paar dinge recht zu rücken und auch zu erklären und das wollten wir uns natürlich auch nicht nehmen lassen wir haben natürlich auch intern gesprochen in welcher art und weise wir gerade ja solche sendungen hier so durchziehen können und wollen und tun denn ich glaube so wie jeden beschäftigt sich jeder gerade mit aktuellen anderen themen jetzt haben wir so gefühlt corona hinter uns gelassen also im ersten moment jetzt so knapp nach zwei jahren und da kommen jetzt ganz andere leute auf ganz andere ideen die das ganze alltägliche leben natürlich ein bisschen schwerer gestalten und ja aber für uns ist in dem moment ein ton kein ton warum habe ich hier kein ton ich werde angezeigt doch schneide doch doch da zu sein doch man jetzt hat der masse kap mich hier komplett rausgebracht ja musst du mal bei youtube einfach dein ton aber nein ist gar nicht böse gemeint ja trotzdem haben wir natürlich überlegt in welcher art und weise wir das machen können und ich glaube ja vielleicht ist jetzt hier heute abend nicht der richtige zeitpunkt um irgendwelche lustigen und tollen sprüche rauszukloppen aber der sport hat ja stattgefunden ich glaube auch der sport kann zumindest solidarisch seinen teil in dem moment so dazu beitragen dass irgendwie es vielleicht ein bisschen erträglicher wirkt wir wollen uns natürlich da auch ein bisschen anschließen und deswegen wenn wir es nach wie vor hier so machen so lange wie es auch immer gehen wird und ich glaube jeder der die nachrichten verfolgt und auch die ganzen bilder verfolgt der weiß auch gibt ganz andere wichtigere themen derzeit in der in der welt von daher belassen was im ersten moment dazu wollen wir heute Abend auch nicht politisch werden oder irgendwie was in der richtung sondern freuen uns jetzt einfach auf eine review die werden wir jetzt wie gewohnt abhalten und dann sehen wir uns gleich nach dem intro und hören uns dazu 1902 den msv-podcast mit micha und stefan die beiden sprechen für euch über die aktuelle situation bei unserem lieblingsclub viel spaß so da sind wir wieder zurück schönen guten abend liebe fußballfreunde herzlich willkommen zu einer neuen folge potbolzers 1902 mit micha und stefan folge 80 mittlerweile also da gibt es wieder einen runden geburtstag an dieser stelle und ja nachdem ich gerade das oder die ankündigung hier rausgehauen habe muss ich feststellen der msv hat jetzt nicht dazu beigetragen dass das wochenende irgendwie ein bisschen erträglicher wird mein fazit kann ich schon mal so ein bisschen vorweg nehmen wird gleich nicht vernichtend auch ich glaube diese wortwahl sollte man gerade in dieser heutigen zeit auch nicht in den mund nehmen aber es fällt sehr sehr negativ aus und dabei spielt keine rolle dass wir gegen braunschweig gespielt haben und nicht gegen türkücü münchen denn das hat für mich nichts damit zu tun dass braunschweig sehr sehr geil gespielt hat darüber wollen wir natürlich sprechen und wie gewohnt natürlich wie jeden sonntagabend hier immer um 21 uhr das müssen wir ja auch dazu sagen denn es kommen immer weitere leute dazu also letzte woche sensationelles ergebnis auch für den msv-part hier hat bei den potbolzern deswegen sage ich wie an jedem sonntagabend um 21 uhr schönen guten abend hi michael schönen guten abend stefan hallo liebe community ja so ist das wir lassen die politik politik sein und befassen uns hier zumindest akustisch optisch seht ihr dass wir ein bisschen das sind nicht die braunschweig faden die bei mir im hintergrund leuchten wenn uns akustisch hier rein mit dem fußball befassen so ist das ist auch etwas was man braucht glaube ich definitiv ist auch wirklich ist mir vorhin oder gestern auch aufgefallen als ich die logos oder sammel erstellt habt ja gelb blau aktuell ist schon komischer zufall irgendwie auch bei folge 80 jetzt gerade noch und ja wir versuchen es einfach mal der der folge halber jetzt gleich hier abzuarbeiten wir ihr seht schon im hintergrund wir haben msv die woche wollen wir noch mal ein bisschen besprechen wir haben die braunschweig 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 für die amerikaner draußen dann haben wir natürlich wie gewohnt eine spielnote zebra war doch war war braunschweig nicht sogar damals irgendwie waren die amis nicht sogar in braunschweig ich hätte schon fast gesagt du fragst du jetzt nicht waren die gründungsmitglied der bundesliga und wurden die schon mal deutscher meister nein das weiß ich alles mir jetzt darum ob braunschweig damals auch die amis besetzt hat das würde mich tatsächlich interessieren ob du hier politisch so up to date bis dass du unterbewusst braunschweig gesagt hast ja das wäre es jetzt nicht das wäre es jetzt wirklich ja so damit kann ich dir leider nicht dienen ich möchte aber mich wirklich noch mal bei den leuten bedanken auch für letzte woche also für den support hatte ich ja gerade schon gesagt und dafür gibt es gleich noch erstens eine knallermeldung zu verzeichnen am ende am ende der sendung sagten wir ja auch letzte woche also alle die letzte woche dabei waren die werden wissen wir hauen auf jeden fall zwei stream tickets raus hier bei den potbolzern für den kommenden mittwoch denn da wird der msv duisburg bei der ssvg felbert zu gast sein im niederrheinpokal und der eine oder andere wird wissen oder auch uns ja verfolgen verfolgen ist auch gut folgen ja stage wird das ganze übertragen über eine multikamera produktion es gibt auch ein kleines nettes rahmen programm also dazu wird es nachher mehr noch geben und ein paar infos und ihr könnt auf jeden fall im anschluss an die sendung denn das hat letzte woche wunderbar geklappt der micha hatte ja aufgerufen wir kontrollieren jetzt bis nächste woche wer alles das video hier kommentiert und das sollte sich in dem fall auch diese woche für euch lohnt denn im anschluss daran bitte gleich kommentieren und dann habt ihr die möglichkeit mit eurem kommentar also nicht im live chat sondern im nachgang zwei stream tickets für kommenden mittwoch zu gewinnen und die knaller information die folgt jetzt gleich am ende des streams noch live also deswegen auch dranbleiben und würde ich sagen mich ja oder viel viel drumherum schon mal ja lohnt sich auf jeden fall bis zum ende dabei zu bleiben gibt eine schöne info und eine sache ist schon mal klar die stream tickets zu gewinnen macht extrem viel sinn dieses mal denn es gibt keine auswärtstickets komplett keine auswärtstickets für den msv das heißt die einzige möglichkeit für euch dieses spiel zu sehen liebe freunde ist der stream by stage und eine sache habe ich noch bevor wir gleich ins spiel einsteigen stefan du bist schon wieder spiegelverkehrt man kann das wunderbar bei youtube sehen dein stadion heißt geschnürsen nur ab kann man das eigentlich einstellen bei zoom ja du musst du musst bei suchen dann dann ding nicht nicht spiegeln lassen ist aber auch nicht so wichtig die jungs kennen dich inzwischen nur gespiegelt das ist wahrscheinlich auch der grund warum dich nie einer erkennt ich bin früher als kind sehr sehr gerne ins spiegelkabinett auf die auf die chemis gegangen also recht liegt daran geiler scherz ne geiler job super du bist du bist on fire trotzdem diesmal wieder drei punkte die ich an dich stelle beziehungsweise mitgeben werde und da stellt sich natürlich die frage da du ja jetzt auch experte in der ersten und in der zweiten liga bist nicht nur in der dritten der aufstiegskampf in der zweiten liga punkt 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 verdient endlich mal das attribut die beste zweite liga aller zeiten und ist namentlich in ja wenn man sich die namen mal unabhängig von antipathie oder sympathie die namen auf der zunge zergehen lässt da geht es um werder bremen da geht es um den hamburgersportverein da geht es um schalke 04 allein die drei namen waren ich sag mal vor vor zehn jahren noch halbfinale europa league und champions league kämpfen jetzt um den aufstieg in die in die erste liga dazu noch st pauli darmstadt mit einem unfassbar starken trainer unterwegs kennen wir alle und nürnberg noch dabei und sonnen sehr unsympathischer zum thema russland extrem idiotisch sich äußernder verein heidenheim habe ich gar nicht mitgekriegt aber das besprechen sie auch nicht ich wollte nur liebe grüße nach heidenheim schicken ihr habt sie nicht alle persönliche meinung von mir hat der msv und der stefan nichts mit zu tun sehr gut dann der zweite punkt und zwar bayern münchen möchte in zukunft ein ausbildungsverein werden punkt 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 hast du es mitbekommen frage 1 habe ich am rande mitbekommen und jetzt muss ich den satz vervollständigen fc bayern möchte ein ausbildungsverein werden weil er aufgrund der coronasituation die kohle nicht mehr hat kein investor hat auf dauer die fernsehgelder in deutschland nicht nicht annähernd reichen um die großen spieler zu verpflichten fragen über fragen ausbildungsverein sind sie doch schon längst sie kaufen doch schon schon jetzt ihre spieler immer schon mit mit 16 um dann hinterher zu sagen die kommen aus eigenen jugend das macht im übrigen fast jeder also die größten transfers in europa finden inzwischen nicht mehr bei den senioren statt sondern schon das hauen und stechen hat sich ein bisschen verlagert auf die auf die u 17 bis u 15 sag ich jetzt mal letzter punkt ich habe gestern abend entweder ja oder nein das aktuelle sportstudio geguckt sorry ich habe gerade gelesen parallel sagst du bitte noch mal ich habe gestern abend ja oder nein das aktuelle sportstudio geguckt nein habe ich nicht okay dann werde ich dir diesen beitrag auch nochmal schicken denn dort war peter peters zu gast ehemaliges vorstandsmitglied und hat natürlich auch noch mal ein bisschen so tief blicken lassen in bezug auf das gas prom sponsoring aus 2000 schlag mich tot ja war nicht abzusehen dass es irgendwann mal gewissensprobleme gibt deswegen war das jetzt die erste möglichkeit gas prom als sponsor vom trikot zu nehmen ganz toller typ und die auf ganz toller typ denn genau wie auch reiner koch der vor ein paar wochen schon mal da war die sich ja alle dort als zukünftigen dfb präsidenten aufspielen möchten und ich meine wir müssen natürlich immer hier ein bisschen aufpassen was wir jeden sonntag amt von uns geben aber schaut euch einfach von stefan das einzige was uns passieren kann ist dass die leute uns persönlich inkompetent oder was auch immer nennen aber das liebe leute wir eine meinung haben wir haben wir halt eine meinung die die ein bisschen unpopulär ist und ich finde wir müssen nicht aufpassen bei solchen dingen denn wir diskreditieren hier niemanden und ich sage um der vollständigkeit aber das ganze abzuschließen schaut euch diese auftritte mal an guckt und werdet euch damit ja ein bild zu geben wo ihr meint aber neugierig wo ihr meint das ist ein kandidat für den zukünftigen dfb präsidenten wahnsinn ja ich schicke dir die beiträge noch mal guckt es euch an und das ist ja einfach nicht mehr zu überbieten also von daher ja lassen wir das und gehen einfach mal in msv duisburg die woche und ich bringe das ganze thema jetzt noch mal zu ende weil es gab da ein da draußen von euch gar nicht gegen alle gemeint und auch gar nicht gegen den einen oder anderen ich sagte ja letzte woche sonntag ich habe die doku nur nicht zu ende schauen können aufgrund von ich habe heute derzeit 24 stunden am tag ob mir das jemand glaubt oder nicht ich habe eine familie und ich habe es jetzt aber natürlich nachgeholt gab sogar schon letzte woche ende letzter woche und muss sagen mich ja erst mal alles korrekt so zusammengefasst wie du es gesagt hast und ich kann euch da draußen auch alle nachvollziehen oder verstehen wie ihr das ganze so aufgenommen habt in bezug auf pavel dortchef in bezug auf die wo gewisse ansprachen kein plan oder zu wenig plan stoppelkamp der vorangeht die aktion mit dem mit dem kind wo man schon wirklich mehr als eine trainer im auge hatte also 100 prozent zustimmung von dem was ihr dort gesagt habt und auch von der qualität her glaube ich da gibt es nichts daran auszusetzen von daher würde ich da auch wirklich einen haken dran machen und kann das ganze so bestätigen wie du hast jetzt im laufe der woche erst die doku zu ende geguckt stefan schämst du dich denn gar nicht schlimmer junge also da noch mal die bitte an euch liebe leute urteilt nicht über irgendwas also ist natürlich keiner von euch der jetzt hier im chat ist aber urteilt nicht darüber was wir doch angeblich für aufgaben hätten als podcaster für den msv wenn ihr nicht wisst was was für 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 einen tages ablauf bei dem ein oder anderen hier dahinter steckt ich hatte letztens eine falsche folie mal eingeblendet handel über mein haupt mann warum waren wir heute überhaupt so relativ pünktlich ich wollte ihn eigentlich ärgern und wollte eigentlich heute wieder zehn minuten später kommen aber ich habe heute mal was gutes getan ja tut ein bisschen in der seele weh aber ich habe zumindest heute mal den düstüber zu unterstützt von daher ja warst du heute dort ja ich wollte da und war gar nicht wenig los kannst du dir vorstellen alter schwete ja ist die dings offen die delfin show ja und wart ihr da nein war zu voll aber okay also mein vater der wird wahrscheinlich jetzt gerade auch wieder zuschauen und zu gucken der fand der hatte sehr sehr viel mitleid mit den tieren und am ende des tages du weißt ja wie es ist kann man auch nicht alles toll und schön reden auf der anderen seite aber dabei aber hauptsächlich wegen meinem sohn natürlich und von daher ja klar dass er nicht wegen dir mit geht ist logisch engel geht vor ja ich habe auch eine besondere beziehung zum duisburger zoo tatsächlich also ich habe da bin als kind so oft da gewesen und du kennst wenn man reingeht die figur mit dem vogel auf der auf der schulter ja definitiv ich habe so viele erinnerungen wie ich dem die hand gebe als als knirps als vier fünf sechsjähriger aber ich gebe dir recht in zoo zu gehen hat tatsächlich heute mehr denn je irgendwie so ein faden beigeschmack schreibt schon herr erste wieder der lukas unterstützt doch keine zoos bitte leute ja ist ja auch ich habe ja nicht also sorry ja genau ich war unter der woche noch bei den kollegen von kick and quatsch und der kollege ollie kotwitz der war auch gerade schon im einen oder anderen stream könnt ihr euch gerne mal anhören denn da habe ich einiges zu den potbolzern als auch zu stage gesagt zum msv duisburg und 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 also kick and quatsch für diejenigen die es nicht mitbekommen haben ganz hörenswerte sendung hat ultra viel spaß gemacht und deswegen gehen noch mal schöne grüße an die beiden heraus bisschen ausgewichen ist der herr sander auf meine frage im podcast genau der mich ja richtig rausgerückt ist er nicht aber wenn ihr wissen worum es geht hört euch die aktuelle folge genau mich ja und andere weggefährten von meiner seite haben dort noch mal auch fragen gestellt die eingespielt wurden war ganz interessant war ganz lustig an dem abend auch man ein gutes interview vor allem von dir auch stefan hat mir echt spaß gemacht zuzuhören vielen dank und da sehen wir es schon im hintergrund die woche wurde dann mehr oder quasi mit einer richtig tollen und positiven nachricht abgerundet denn ihr für uns wir für euch wir bringen euch nach braunschweig micha fünf busse ja fünf busse waren da für eine schöne aktion ich weiß nicht ich habe habe jetzt nicht so den überblick gehabt wie viel wie viel waren es denn am ende wie viele fans 500 auswärts fans 500 sagte man also doppelte doppelte von würzburg ist glaube ich auch 100 kilometer kürzer der weg nach braunschweig aber erfahrungsgemäß und das habe ich auch von einem oder anderen hinterher gehört es ist natürlich in braunschweig auch nicht so brillant also da hast du die die bahn drumherum und du hast halt eine echte eine große entfernung für diejenigen die ein reines fußballstadion gewohnt sind eine nicht ganz so schöne situation da im auswärtsblock finde ich moritz doppelking gott sei dank habe ich mich dagegen entschieden zu fahren ich wäre wirklich mal hingefahren wirklich zumal jeder der uns ja hört und ich meine ich habe es jetzt glaube ich eine milliarde mal schon gesagt mein vater der braunschweig wenn und da hätten wir ja dieses duell gehabt um die erste deutsche offizielle meisterschaft braunschweig gegen den maiderrecher sv von damals das wäre natürlich sensationell gewesen aber wenn du mich jetzt gerade hörst wir fahren noch mal wir fahren auch noch mal nach braunschweig trotz bahn und trotz entfernung da fahren wir definitiv nach meppen wo wir hinfahren ja wir fahren nach meppen in anderthalb wochen montags abends genau ich alles schon safe du weißt noch nichts davon treffen uns schön irgendwo an a 31 fahr das ding dann durch brauchst nur bis zum übergabe punkt kommen und dann fahren wir hin also wenn du fährst und wenn du die 31 hoch fährst also von der 31 sind 20 minuten bis zu mir dann kannst du mir auch zuhause abholen ich komme da schon hin ich komme da schon hin das wird nicht das problem sein da gebe ich ja schon recht das wäre doch mal schön wenn wir da montag abends in den meppen auch den ein oder anderen hier von euch treffen würden definitiv sagt man ja auch so dass meppen ist immer eine reise wert oder dass das beverly hills aus dem ems land also hat ja viele zwischen genau inzwischen für die generation die noch älter ist als ich ja man kommt mit dem auto über die autobahn nach meppen man muss nicht über land fahren 40 kilometer so wie es früher mal war tatsächlich unsere meppner freunde schöne grüße an den meppner podcast die werden wir dort mit sicherheit treffen oder stefan mit sicherheit der lukas unter anderem der ist dabei kommen wir aber jetzt auch zum sportlichen und zwar zum auswärtsspiel der msv verliert also unterm strech 2 zu 1 in braunschweig ja und wenn man schon so gedacht hatte alter schwede jetzt haben wir mal zwei siege im gepäck was uns ja eigentlich so gefühlt seit viereinhalb jahren nicht passiert ist also zumindest sehr selbst übertrieben gesagt dann haben wir doch mit dem aktuellen auffind plus um die geschehnisse rund um den msv so dass ja gesagt wurde cool doku am start wo jetzt weg befreiter auf spielen hagen schmidt kommt auch wenn man es jetzt in der doku noch nicht sehen konnte aber in diesen teasern in der vorschau quasi kommt da ein bisschen anders rüber als pavel deutschow wenn man mal ehrlich ist dann wollten wir eigentlich mit diesem positiv erlebnis mal ja dort aufstoßen zumal auch der msv im hinspiel sehr sehr überzeugend gespielt hat zumindest bis zum 3 0 dort am ende des tages 3 zu 2 gewonnen hatte und dann war es am ende des tages kommen wir gleich zu wenn wir über das fazit sprechen eher zu einem unsauberen spiel unserer mannschaft anfangen wollen wir aber wie gewohnt mit der aufstellung und da ist natürlich ein bisschen wieder was aufgefallen und zwar ist marvin backer lords zurückgekehrt er geht aber nicht ins defensiven mittelfeld sondern verdrängt mann und frei der dann wiederum ins mittelfeld rückt also einmal dort den tausch zwischen den beiden und ansonsten eigentlich schon fast wie auch beim oder ja nicht nur fast sondern wie beim letzten spiel also in dem fall mit einer dreierkette hinten mit gembalis backer lords und fleckstein die schien spieler wie du auch so immer schön sagst adjani und brett schneider in dem fall fälscher also auch dafür mal draußen und dann haben wir halt auf der doppel sechs oder als achter gesehen marvin knoll und marvin frei und dann vorne die drei die auch von michael schiele dem gegnerischen trainer als sehr sehr qualitativ starke spieler in dieser liga bezeichnet wurden ebenfalls wie wir es auch letzte woche gesagt hatten stoppelkamp buadus und den meiderischer messi geboren den man allerdings nach nach unserer lobpudelei auch diese woche leider gar nicht gesehen hatte so viel schon mal vorweg und deswegen an dich die frage passt das soweit und konntest du vorm spiel damit leben also ja konnte ich mit leben und eine defensive die ohne gegentreffer geblieben ist zu hause die wechselst du dann auch nicht so einfach und wir haben ja auch letztes mal darüber gesprochen dass marvin adjani auch kein so schlechtes spiel gemacht hat zu hause gegen türkücü und dementsprechend dann den vorzug gegenüber rolf erhalten hat alles okay backer lords hinten rein zu ziehen auch vollkommen legitim ja also aufstellungstechnisch für mich noch mal immer vorausgesetzt die dreierkette ist gesetzt dann für mich aufstellungstechnisch keine überraschung und auch völlig okay für mich was dem msv dann am ende an spielerischen lösungen fehlt manchmal ist natürlich auch ein bisschen zu begründen mit genau dieser aufstellung denn es ist immer wieder das das leidige thema dir fehlt in ballbesitz immer ein spieler als anspielstation im mittelfeld gegenüber der viererkette denn die argumente dass du in ballbesitz ja nicht mit einer fünferkette sondern mit einer dreierkette spielst ja das stimmt aber du spielst bei einer viererkette in ballbesitz auch nicht mit einer viererkette sondern mit einer zweierkette und die außenverteidiger schieben eben auch relativ hoch so dementsprechend fehlt dir vorne eine anspielstation und die kritik war ja auch tatsächlich ich weiß gerade nicht mehr was fleckstein oder war es hagen schmidt dass wir der ich glaube fleckstein war es der am ende gesagt hat dass wir zu oft den den weg über einen langen ball gesucht haben uns zu wenig raus gespielt haben hinten war fleckstein oder nach dem spiel hast du mitbekommen noch ich meine er war es ja und dementsprechend fehlt da genau das was diese stabilität hinten unabhängig von den individuellen fehler natürlich die stabilität hinten auf der einen seite nimmt dir in als anspielstation eine offensivkraft auf kraft auf der anderen seite ich finde dass man von anfang an auch leider wieder dieses typische gefühl hatte wie sie spielt wie die spieler und wieder auch gerade sagt ist auch der trainer im nachgang wo man gesagt hat immer wir kommen nicht in die zweikämpfe und das war wieder so eine kopfsache noch mal der msv hat jetzt zwei spiele gewonnen mit zwei pflichtaufgaben würzburg und türkücü wo wir jetzt auch letzte wo festgestellt haben türkücü das war jetzt halt auch wirklich gar nichts wo man sich fragen muss ey leute da ist jetzt noch nichts entschieden wie kann man sich erklären dass sie da wieder jetzt so so eine lethargische körperspannung haltung du musst mal darauf achten auch im stream wie oft die da auch nur hinterher getraut sind also da war jetzt nichts mit ich zerreiße mich und da haben wir ja wirklich auch letzte woche und vorletzte woche zumindest attestiert dass man gesagt hat die haben sich auch reingeschmissen die haben gas gegeben unabhängig vom gegner jetzt mal die laufbereitschaft war da und das sind immer so dinge ja natürlich kannst du nicht in die zweikämpfe kommen du kannst dich auch taktisch vielleicht mal falsch verhalten du kannst auch mal den fehlpass spielen gar keine frage aber dass du doch zumindest ich meine die werden ja auch mitbekommen haben dass der msv duisburg fanbusse stellt dass die euphorie jetzt wieder ein bisschen erfrischender war dass dass da eine kleine aufbrückstimmung zumindest da war das wird man doch alles mitbekommen haben so und dass dass man dann samstags abends samstags abends samstags nachmittags 14 uhr ich meine das ist ja jetzt auch nicht schwer sich darauf einzustellen sondern du weißt ja letzte woche schon ich spiele samstag 14 uhr da ist da begeht meine arbeit da nicht da zu sein in allen belangen das erschließt sich mir einfach nicht erschließt sich ja wir haben wir haben an der stelle heiko hansen auch vergessen den können wir dann auch noch mal ein bisschen mit ins boot nehmen vielleicht in deiner argumentation wie man es durch abläufe durch training hinbekommt genau diese dinge eben nicht geschehen zu lassen dass du von anfang an einen schritt zu spät bist dass du die zweiten bälle nicht gewinnst dass du die zweikämpfe verlierst und dass du und das ist finde ich glaube ich auch noch mal das finde ich ist auch ein wichtiger punkt du spielst gegen einen völlig anderen gegner als tücke zu münchen braunschweig war von der ersten sekunde an chef im ring von der ersten sekunde an und gegen türkücü waren wir von der ersten sekunde chef im ring und dementsprechend ist ist da auch für den kopf in der situation in der msv immer noch steckt und machen uns nichts vor du hast es gerade gesagt zwei siege gegen abstiegs abstiegs aspiranten und noch sind trocken heißt nicht dass wir da unten raus sind wir sind immer noch mittendrin und in dieser situation gegen einen gegner der vor weiß nicht zehn tagen 6 0 in berlin gewinnt der wieder oben dran ist dann dann schaltet der kopf auch wieder auf hase um so der fuchs und der hase das ist immer so ein schalter der da passiert wir waren eindeutig der fuchs gegen türkücü und waren hier von minute eins an der hase gegen gegen braunschweig das sind dinge die im training glaube ich über über das mentale auch aufgefangen werden müssen denn so eine so eine situation muss auch wenn die erste minute bedeutet oder wir hatten es im heimspiel ich weiß nicht gegen wen es war hatten wir auch drei minuten den ball überhaupt nicht das darf nichts verändern an deiner art und weise wie du ans spiel rangehst und wie du wie du in die zweikämpfe gehst und wie du dem gegner dein spiel aufzwingen möchtest und das ist beim msv glaube ich noch nicht der fall dass uns das nicht stört beziehungsweise dass uns das nicht aus dem aus dem konzept bringt psychologisch kann ich das also wenn wir jetzt gerade schon in diese materie einsteigen kann ich das ja nur ungefähr nachvollziehen aber da steht ein knoll auf dem platz das steht ein bakalotz auf dem platz da steht ein stoppelkampf da steht ein boadus und ein weinkauf und wie soll er heißen da kann mir jetzt keiner erzählen dass die nach braunschweig fahren und da irgendwie gefühlt auch die buchse voll haben also sorry dann ist das ja auch irgendwie der falsche job am ende des tages weil die haben ja schon so viel erlebt und so viel gesehen und gerade in klar die situation die ist belastend und bedrückend aber ich glaube auch auch damit wird der ein oder andere schon erfahrungen gesammelt haben ich meine wie oft ist stoppelkampf in seiner karriere schon abgestiegen so dann ist das eine lässt sich aber auch nicht für jede situation und für jede saison so darlegen das verstehe ich auch wie wie so eine schablone dass es einfach mal irgendwie so nur weil das schon mal erlebt hast aber du sprachst ja gerade auch an die waren sofort der chef im ring aber mit wie viel prozent einsatz denn denn ich behaupte mal wir kommen ja auch nachher zur spielnote etwa braunschweig da gespielt hat dabei jetzt nicht so dass die bis an ihre leistungsgrenze gehen mussten um uns da jetzt zu dominieren ich meine was haben die denn da gespielt das war doch das war doch genauso schlecht nur wir waren sie hatten sehr 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 gute raumaufteilung wenn wir den ball hatten und und dadurch der msv hat einfach nie eine idee gehabt so richtig fußball zu spielen und deswegen die kritik an die an die spitze vorne an unsere drei ich habe auch zwischendurch dann bei twitter noch die info bekommen naja euer messi irgendwie bringt ja auch gerade nichts ich glaube einfach dass wir dass wir viel zu wenig ballbesitz insofern hatten dass wir den ballbesitz in der gegnerischen hälfte hatten und das liegt an dem finde ich sehr gut gestaffelten gegner ja du hast recht sie haben auch nicht liegt für mich liegt naja nicht nur am gestaffelten im himmel gespielt aber du kannst auch ballbesitz erzeugen in dem du einfach mal einen schritt mehr machst in dem du dich taktisch anders verhältst in dem du selbstbewusster auftritt in dem du bälle forderst in dem du ganz einfache tugenden des fußballspiels mal nicht vernachlässigt in form von jetzt klatsch ich mal nicht nur einfach den ball weit weg sondern ich biete mich an ich spiele doppelpässe ich keine ahnung mit so kleinigkeiten auch ja also auch dort viel zu viel woraus entstehen ballverluste ja klar wenn wir wieder von hinten nur lang weg knallen dann kommen die ballverluste ideenlos genau hier schreibt gerade der volker ideenlosigkeit ja uns fehlt aber auch das darfst du auch nicht vergessen uns fehlt auch tatsächlich unabhängig von der psyche fehlt uns auch wenn es um zwei kämpfe geht fehlt uns auch geschwindigkeit so du bist sehr guter punkt sehr guter punkt du bist halt in den in den zweikämpfen mal ein bisschen spät dran wenn du eben die geschwindigkeit nicht hast und das ist ja der grund warum so spieler wie wie toni geboren den elfmeter ziehen weil sie kurz vorher noch mal am ball sind oder da sieht der verteidiger scheiße aus warum sieht der verteidiger da scheiße aus weil er einfach langsamer ist und nicht weil er im kopf langsamer ist sondern weil einfach langsamer ist und das spielt dann natürlich auch noch eine große rolle übrigens finde ich erste halbzeit zumindest war dieser 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 versuch das ganze spielerisch noch irgendwie aufzubauen über rechts über vincent gembalis und adjani gar nicht so schlecht also gembalis hat mir gut gefallen in der ersten halbzeit ja aber nachher auch nicht mehr kann ich dir auch so viel ich sag ja ich sag ja erster halbzeit nicht das zweite tor schon wieder sehe leckum oder auch da ich sag ja erster halbzeit ja kommen wir aber mal ein bisschen hier zu den fakten und zwar msv hat sich wie gesagt von anfang dann sehr schwer getan dann gab es auch folgerichtig in der zwölften minute sehe ich auch gerade hier genau das 1 zu 0 von kornsbruch und da können wir ja auch noch mal so ein bisschen in die analyse reingehen denn im vorfeld zu diesem tor gab es ja die vielleicht auch mit entscheidende entstehungs geschichte schon denn brettschneider der sich quasi in den zweikampf dort eine leichte gehirnerschütterung zu zog und mit einem ballverlust dann in dem fall auch ausgestattet war war dann auf in der zwölften minute dann auch nicht auf der höhe des geschehens denn aufgrund dieser geschichte mehr oder weniger auch angenockt also es gab ein paar minuten um das mal für die leute da auch noch mal einzuordnen ich glaube es war die neunte minute die situation dass brettschneider sich den ball ja er spielt er arbeitet und dann auf einen gegenspieler zu rennt und dann dort den ball verliert das ganze dann letztendlich in den tor abschluss mündet nur um dann halt drei minuten später über den langen einwurf und da habe ich jetzt gerade auch noch mal parallel das einfach mal hier durchlaufen lassen bei mir das wahnsinn also ist ein einwurf und der msv steht im eigenen 16er in überzahl dann fängt es ja schon damit an dann gehen die da wie eine e-jugend mit zwei oder drei mannen auf einen braunschweiger und versuchen dort also irgendwie zum ball zu gehen und dann das ding weg zu köpfen behindern sich teilweise gegenseitig dann kommt noch die slapstick einlage von backerlotz der dann wiederum nach hinten verlängert und dann versucht brettschneider den so halb wieder ins aus oder nach außen zu köpfen trifft ihn aber halt auch gar nicht so dass dann kornsbruch relativ leichtes spiel hat stop weinkauf weiß ich nicht ob der da noch aktien drin hat der ball trudelt halt aber auch so mehr oder weniger über die linie von daher würde ich sagen das ist schon wieder so eine fehlerkette das ist schon wieder so eine art slapstick wie der msv sich da anstellt denn da kann mir ja auch keiner erzählen braunschweig die stehen ja oben die sind so toll diese haben so viel gas gegeben dass bei diesem tor dass du dann nichts machen kannst also also das sollte ja glaube ich dem dem absoluten amateur auffallen dass das einfach nur eine schlechte art der verteidigung ist also brettschneider klammere ich hier eindeutig aus der der junge darf gar nicht mehr auf dem platz stehen in dem moment siehst du dann auch ich weiß nicht wie viele minuten später ist er dann liegen geblieben nach dem 1 0 10 10 15 minuten später ich habe die szene tatsächlich muss ich sagen gar nicht so gefährlich wahrgenommen weil du siehst in der kamera tatsächlich nicht so wirklich den schlag auf den kopf aber es muss an die in dieser szene passiert sein die du gerade angesprochen hast also brettschneider nehmen wir raus weil die kunde noch eine sekunde noch was mich an dieser einzigen sache noch stört und ich wünsche dem jungen gute besserung also nicht dass wir uns da falsch verstehen also das gesundheit und kopfverletzungen ich glaube da sind wir alle ein bisschen schlauer aber ich finde in dem moment hält er sich auch nicht richtig also du bist im vorwärtsgang oft in dieser situation hast den ball am fuß und dann als linker schienenspieler oder linker außenverteidiger dort aktiv in den zweikampf zu gehen also dieser ball verlust in dem moment klar hätte man vielleicht pfeifen sollen müssen können dürfen keine ahnung wir haben jetzt nicht gesehen dass er am kopf getroffen wurde aber mir geht es jetzt rein um die idee von ihm dass er dort in den aktiven zweikampf reingeht und dort den ball verliert okay aber solche solche fehlentscheidungen gibt es oft im spiel finde ich aber die dann auch schon zu einer gefährlichen situation führen der gegner zum abschlussspann das war für mich ein faulspiel also für mich war das ding an brettschneider ein faulspiel aber gut lassen wir mal zurück zum tor also für mich hauptverantwortlich für dieses tor backer lords er muss spätestens den ball eben nicht innerhalb des sechzehners irgendwie quer zu versuchen zu klären sondern muss den ball wenn er ihn klärt muss er ihn aus der gefahrenzone rausbringen also da für mich du hast recht erst die zwei kämpfe vorher dann backer lords und das eine verkettung von von fehlern aus aus dieser kette nehme ich tatsächlich brettschneider jetzt aus weil ich glaube dass er gar nicht mehr richtig bei sinn war ja und dann wieder das ist aber eine szene eine szene die du bei allen vereinen irgendwie siehst da gibt es noch keine wirklich wirklich gute regelung wie man wie man spieler vor starken kopfverletzungen schützt dass man die leute tatsächlich ich finde eine idee gibt es die man einfach mal umsetzen sollte nämlich wenn jemand am kopf getroffen wird ihn behandeln lassen für eine viertel stunde und dem der mannschaft eine möglichkeit geben für eine viertel stunde jemand anders reinzunehmen um wirklich wirklich ordentlich nachzugucken ob wirklich alles okay ist und wirklich wirklich ein konkassen protokoll zu machen wie es dann beim football eben auch da ob man wirklich nicht auch schon von medizinischer seite sagen sollte egal bei welchem risiko der muss jetzt runter also ich hätte mir gewünscht dass es irgendwie was gegeben hätte klar jetzt kann ich ihm nicht unterstellen er hätte es selber sagen müssen also da gibt es ja auch den ein oder anderen im netz der schreibt alter da muss so als spieler ja wir können uns alle nicht reinversetzen wie vielleicht hat er gedacht immer ich merke gar nichts und ich stehe quasi unter schock kann ja auch durchaus sein dass du einen gegen die birne chris genau selber gefühl hast ja er war ziemlich heftig und eine minute später ist alles weg genau die situation gibt es ja auch deswegen würde ich hier die verantwortung nicht dem spieler geben im gegenteil ich finde du musst den spieler hier parges per gesetz aus der verantwortung rausnehmen und muss eben trainern und vor allem eben medizinischen verantwortlichen die möglichkeit geben in ruhe zu gucken ob der spieler verletzt ist oder nicht ja definitiv dann gab es danach die einzig wirklich schöne kombination beziehungsweise auch einzige tor chance in der ersten halbzeit für den msv wie ich finde ein ganz toller pass von mann und frei der dort in den raum laufenden assist boardus sieht und erkennt der dann wiederum ein bisschen irgendwie so gefühl zögerten ticken vielleicht aus meiner sicht zu lang braucht trotzdem den abschluss dann halt sucht und auch ja umsetzen kann aber im endeffekt jetzt nicht 100 prozent gefährlich wird mit diesem schuss aus der drehung das war allerdings so eine aktion wo ich sagte ja könnte uns so ein bisschen mut geben ganz toll gespielt von frei wie gesagt und ja das war aber auch letztendlich so das einzige mehr oder weniger das was wir in der ersten halbzeit vorzuweisen haben ja das war auch mal um einen schritt noch mal zurück zu gehen es war auch da wieder eine richtige entscheidung von vincent gembalis den ball eben dann doch unerwartet auf frei zu stecken und ihn nicht lang zu schlagen von der seite und frei hatten wahnsinns wahnsinns pass gespielt finde ich auch ja und das problem was wo du es in der situation hat er muss ihn direkt nehmen er hat nicht die zeit ihn anzunehmen sieht aber bevor er den ball spielt das tor auch gar nicht nur sondern so ein halber blind flug weil er eben tatsächlich wie so ein wie so ein wie so ein wide receiver im football den ball quasi über den eigenen körper fliegen lassen sehen muss schlecht ausgedrückt also er muss den ball verfolgen der über seinen körper in die gleiche richtung fliegt wie er läuft so dementsprechend sehr sehr also es sah einfacher aus als es war so wie ich es mal sagen ja dann sind wir also dementsprechend mit dem 0 zu 1 in die halbzeit gegangen aus duisburger sicht und ich glaube mehr gab es zur ersten halbzeit halt auch nicht hier schreibt schon der ein oder andere also erstmal viele grüße nach draußen erstmal gehen zum beispiel an den holger den jörg den volker den pk den moritz doppelking andreas lukas vor 1 christian kessler den lukas den sn 92 und 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 also trotzdem heute abend hier einige mit an bord und am start und bleibt auf jeden fall dran es gibt nachher noch breaking news zum niederrhein pokal und es gibt darüber hinaus bis zum mittwoch auch zwei stream tickets zu gewinnen denn der mich ja sagt es vorhin am anfang keine zuschauer in felber zugelassen am mittwoch und es gibt nur einen weg das ganze live zu sehen ja genau starten wir in die zweite halbzeit und auch die lasse ich jetzt gerade nur mal im hintergrund zu laufen und sorry wenn ich vorhin gesagt habe gembalis war jetzt der schuldige am zweiten tor ich meinte natürlich die szene mit der torschungs in der zweiten halbzeit denn ja da kombiniert sich braunschweig so ein bisschen durch gembalis sehe ich gerade im hintergrund läuft auch ein und dann weiß ich gar nicht wer es ist ob es lauberbach ist der spielt den einfach so er hebt den locker über den fuß drüber und gembalis man sieht es ja richtig der trabte einfach nur noch hinterher und quad wo der in dem fall mehr oder weniger zwei drei meter rückstand hatte gibt aber dann in dem fall full speed und für mich eigentlich die szene des msv spiel zumindest vielleicht mal von dem tor ausgenommen dass leroy quad wo zumindest dort in der lage ist die die meter noch mal gut zu machen und mit letztem einsatz klären konnte wenn das wäre wahrscheinlich das 2 zu 0 gewesen ja ist auf jeden fall ein spieler mit speed aber was was er was er auf jeden fall nicht immer so wirklich hat ist so die gedankenschnelligkeit die ja ich finde also sorry widersprich mir gerne aber beim 2 0 habe ich quad wo auch in der verlosung für mich gibt es bei dem 2 0 kommen wir jetzt nämlich drauf ist die nächste szene da gibt es für mich nur einen spieler da gibt es mir für mich nur einen einzigen spieler und da gibt es auch kein braun schwächer druck aufgebaut und die stehen oben und was ich jetzt schon drei vier mal gesagt habe ich glaube der ein oder anderen kann sich mehr hören also mal wie ein knoll ja und ja es gibt es gibt für mich persönlich wenn ich fußball gucke und ich habe ja selber nie in der bundesliga spielen dürfen und ich habe auch nie in der dritten liga spielen dürfen sondern es war ja in anführungsstrichen nur kreisliga spiele aber jeder der das verfolgt hat der wird wissen ich habe einfach gern fußball gespielt und ich habe auch gerne doppelpässe gespielt und ich habe gerne den ball immer zum mann gebracht ja und ich habe auch gerne mal wenn ich scheiße gebaut habe bin ich gerne mal hinterher gerannt aber ein spieler der ohne großartig druck auf den ball und auf den mann den ball nachdem er auch zwei minuten vorher auch schon mal so ein zwei fehlpässe spielte wo man sich dachte ey was macht er da eigentlich einen ball ohne sinn und verstand zehn meter weiter auf die brust glaube ich ja auf die brust des gegenspieler spielt stehend an der eigenen am eigenen 16er das ist für mich sowas von schlecht ich würde ihn aufgrund dieses passes schon als schlechtesten spieler des hier bewerten und jetzt kommen wir noch mal insgesamt dazu ich bin echt auf 380 mittlerweile transfers von auch bakalots erste halbzeit wieder die beiden womit die größten hoffnungen verbunden sind den würde ich beiden fünf minus geben für die bisherigen darstellungen in zebrastreifen denn das ist von den beiden erst recht gemessen an der reputation der beiden bislang gar nichts jetzt fange ich mal gar nicht wieder mit der platte an marvin knoll in den vier heimspielen wo er hinten als abwehrchef fungierte viel zu langsam an 18 gegentoren nicht direkt beteiligt aber ich habe überlegt wie ich das hier so ein bisschen formulieren soll er ganz ehrlich wenn ich doch der abwehrchef bin wenn ich im zentrum einer abwehr agiere dann würde ich das jetzt mal gleich bedeutend stellen mit einer ich leite eine abteilung auf der arbeit die abwehr ist mein verbund rechts habe ich einen neben mir links habe ich einen neben mir ich habe vielleicht noch zwei schienenspieler gibt neben mir und dann ist das einfach mein laden den ich da hinten dicht halten muss so und das halten wir mal fest hat er von vorne bis hinten nicht geschafft und jetzt ist hat auch letzte war gegen türkücü ich glaube da mal ganz andere leute gelobt dann ist das jetzt auch auf der sechs so gut wie gar nichts also null impuls null vorweg gehen und dann noch solche tore einleiten ich meine sind wir mal ehrlich klar verhalten die anderen sich dann jetzt auch falsch aber jeder der mal fußball gespielt hat der witz doch wissen solange sobald du hier 25 meter vorm eigenen 16er so ein katastrophalen feber spielt dann ist doch immer so wie im vorwärtsgang auch noch dann ist doch sowieso immer alles unsortiert da hinten drin ja klar hätte der ein oder andere vielleicht da noch mal gedanken schneller reagieren können aber für mich ganz klar schuld zuweisung in dem fall bei so einem spieler wie ihm ja und dann lass uns mal ich bin da bei dir stück später ist es stück später ist es wie gesagt für mich auch auch quad wo der da ein bisschen bisschen zu ja ich sag mal zu sehr spazieren geht aber lass uns mal lass uns mal bei dem ding kurz bleiben was du was du ansprichst du hast jetzt bakalords und knoll angesprochen die beiden die als führungsspieler geholt wurden für die defensive stabilität einer mannschaft die im schnitt über zwei tore im spiel kassiert und beide vertrag bis 24 haben und siehst du da beide auch schon etwas älter sind genau und wo siehst du da die möglichkeit ich habe schon oft gesagt sollte hagen schmidt die klasse halten wird er sich auf den moment freuen wo seine leute entweder die neuen spieler oder die alten spieler aus dem aus dem sommer urlaub kommen und er den leuten zum ersten mal sagen kann sollen jetzt vergessen wir das von letztem jahr und jetzt spielen meinen fußball ich stelle mal die frage stefan wie willst du denn überhaupt komplett neu anfangen wenn die leute die für die defensive instabilität verantwortlich sind alle noch da sind ich gehe noch ein schritt weiter ist ja nicht so dass man jetzt hier einfach mal so ein paar dinge raus kloppt sondern jetzt guck doch mal bitte wer auf der bank war da hast du ein stierlin du kannst dich erinnern wo ich in den letzten wochen gesagt habe der ist ein bisschen auffälliger als noch zur hinrunde der hat mit mit laufvermögen mit einsatz und mit zweikampfhärte zum teil auch sogar tore eingeleitet ich weiß nicht ob du dich daran erinnern kannst haben wir ja und stilin hat auch draufgepackt der ist nicht mehr so 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 schmal genau da hat so da hat so ein bisschen so den den gleichen trainingsweg genommen wie goretzka also ein bisschen breiter geworden genau und das ist doch ein spieler typ wenn wir jetzt gerade davon gesprochen haben wir sind sehr sehr langsam wir sind nicht unbedingt sehr sehr athletisch noch mal der hat jetzt hier keine riesen akzente gesetzt aber ich fand den in den letzten wochen wirklich gut im zweikampfverhalten gut in der laufbereitschaft und also der hat vieles für mich mitgebracht spielt gestern gar nicht so dann gehen wir weiter kolja push ich fand im inzent im zentralen wenn wir darüber reden spielerische elemente fußballerisch dafür habe ich ihn auch wochenlang gelobt also ist jemand nicht zumindest ich weiß jetzt nicht wie er sich taktisch in dem spiel verhält ich kenne jetzt nicht seine seine kilometerleistung die er abreißt aber immer hatte ich das gefühl wenn er zumindest den ball hat das hatte so ein bisschen mehr hand und fuß also eher so ein spielerisches element dann gab es kaspar janda den hier vor drei wochen auch noch alle gelobt haben zumindest für seinen ersten einsatz bis auf diesen fragt also bis auf die elfmeter situation klar wo er sich vielleicht nicht ganz clever angestellt hat spielt ja auch gar nicht so und dann hatte ich mir noch notiert genau dann haben wir noch die sache mit frei letzte woche noch sehr sehr gut hinten gespielt jetzt wieder backer lords reingekommen der dann auf einmal die position einnimmt waren so sachen muss ich dir ganz ehrlich sagen habe ich nicht verstanden weil noch mal knoll und backer lords die überzeugen jetzt nicht gerade mit wo ich gehe jetzt mal vor also klar knoll siehst du in jedem spiel immer haha abgeklatscht und motivierend und so aber du wirst es ja selber wissen wenn du einen hast der als führungsspieler geholt wird dem vertraust du und glaubst du am anfang auch aber wenn du dann wochen lang siehst alter der verschuldet entscheidende tore also in dem da viel zu langsam ist der bringt nicht die qualität auf auf dem platz dann zweifelst du auch als mitspieler an solchen leuten erst recht wenn du dann für ihn 90 minuten auf der bank sitzt und jetzt möchte ich mal wissen wie es soll innerlich in einem stilin und in einem push aussieht die sich denken alter schwede war die beiden erfahrenen hasen mit zwei mit vertrag bis 2014 derzeit für ein msv reißen ist jetzt nicht gerade so dass ich mich dahinter verstecken würde ja also ein spieler der aber gleich kommt ja noch der hammer gleich kommt ja noch der absolutes hammer vielleicht kommt ja noch rollfälscher im linken mittelfeld ja also wenn wenn führungsspieler dauerhaft keine leistung bringen hast du natürlich als als jüngerer spieler auch irgendwann das gefühl so stopp mal eben was willst du mir jetzt eigentlich noch erzählen also unabhängig jetzt von wacker lords und und knoll allgemeine aussage ne ich gebe dir da also recht ich würde so ein bisschen so ich so ein bisschen das ähnliches gefühl habe ich bei mats hummels bei dortmund übrigens so der immer mal wieder spiele drin hat wurde wo du das gefühl hast so oder hat das jetzt einfach drauf im stellungsspiel und dann hast du aber immer wieder situationen wo das gefühl hast ich glaube die zeit ist auch vorbei jetzt für ihn und ähnlich ähnlich habe ich es bei bei unseren spielern auch also ich ich hoffe dass sie einfach irgendwo mal wenn sie wenn sie komplett fit sind und mal wirklich viel gespielt haben die die kurve kriegen weil es kann nicht sein dass ein backer lords und ein knoll das fußball spielen verlernt haben ja backer lords hat noch nie wie alt ist er 31 sorry 31 ist kein alter es ist kein alter ja und der hat noch nie durch geschwindigkeit geglänzt so dementsprechend was soll passiert sein außer dass er durch verletzungen und durch wenig gespielt und durch wenig training einfach nicht in form ist so und bei knoll ähnlich der hat auch nie gespielt also entweder die kriegen irgendwann mal die kurve und werden noch zu denen die diejenigen die sie geholt haben in ihnen gesehen haben oder sie werden zu denen die hinterher denen hinterher keiner mehr glaubt ja du hast du hast ja halt in dem fall nur als trainer hast du ja ein riesen problem wenn dein plan nicht aufgeht mir ist schon klar dass wahrscheinlich auf die karte gesetzt wird ich möchte jetzt als trainer beispielsweise so leute wie backer lords und knoll nicht abschreiben denn die können natürlich noch mal wichtig werden erst recht mit erfahrung und mit entsprechender qualität schon klar aber jetzt noch mal wenn du dir jetzt einfach mal push stirlin keine ahnung wenn du da nimmst jan da kann der wird jetzt noch nie riesen ansprüche haben sagen wir mal so aber push und stirlin als beispiel wenn du die nach soliden bis guten auftritten einfach so raus nimmst dann auf die karte backer lords und knoll zum beispiel setzt und dann geht dein plan nicht auf dann hast du ja zwei probleme im prinzip du hast einmal dass du die leute die du aufbauen willst nicht aufbauen kannst weil es einfach qualitativ nicht funktioniert in dem moment und die anderen die eigentlich on top waren die ziehst du dann quasi damit runter indem du die dann 90 minuten auf die bank setzt und da hätte ich mir einfach gewünscht klare kante zu zu geben und zu zeigen denn am ende des tages zählen ja jetzt für uns nicht die namen denn der ein oder andere schreibt es ja auch gerade sondern am ende des tages geht es über leistungen und wenn die leistung muss ich noch mal leider feststellen und untermauern bei knoll und backer lords die ganze saison schon nicht stimmt noch mal ich hätte den transfers im vorfeld von ivo hätte ich wahrscheinlich zugestimmt wenn man die bekommen kann aber das gezeigte geleistete bislang ist für mich eine ganz klare fünf also dabei ja gar nichts bis auf zwei halbzeiten oder irgendwie sowas aber gut nach dem sommer also als lösung für dein problem was du auch mit den spielern wie wie push zum beispiel hast haben alle noch vertrag alle bei bei klassenerhalt alle noch vertrag für nächste saison dann eine komplette vorbereitung alle bei null anfangen ich traue hagen schmidt zu dass er die spieler tatsächlich komplett nur leistungsbezogen beurteilt das traue ich ihm zu so und dann mit einer kompletten vorbereitung wenn sie verletzungsfrei bleiben einfach mal gucken sind sie sind sie noch eine verstärkung oder nicht oder oder kriegen dann leute wie 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 push oder jander oder oder stierlin eben die chance also eine komplette vorbereitung abwarten und ich hoffe ich hoffe dass sie einfach nur noch nicht im rhythmus sind und dann geht es natürlich schnell beim 2 0 du sprachst ja gerade an noch mal aber ich hatte ja auch gesagt bei so einem eklatanten ballverlust dann bist du halt ungeordnet bis zu unsortiert und wenn der gegner es dann noch gut macht und ich finde auch braun speich spielt es dann in letzter konsequent auf wirklich sehr sehr gut aus also da kommt der ball in die tiefe dann wird noch mal in die mitte gesteckt und all das was so quasi den fußball auszeichnet setzen sie in einer szenen um wird da natürlich sehr sehr auch trotzdem unsortiert gehen dort zu werke 2 0 lauberbach in dem fall 64 und da muss ich ganz ehrlich sagen samstagnachmittag draußen sonne nein ich habe es zu ende geguckt aber da habe ich jetzt nicht mehr so viel glaube gehabt an die mannschaft denn das geleistete bis dato und form von was da so zu sehen war sollte mich jetzt nicht positiv stimmen und dann jetzt trotzdem noch mal der ausblick auf die situation die ich ja gerade auch schon ansprach fälscher der auf einmal ins linke mittelfeld kommt beziehungsweise ja nee nicht ins linke mittelfeld er ist glaube ich dann für ist er für bretschneider gekommen fälscher ist für backer lords gekommen genau hat sich dann in der halbzeit ja genau hat sich dann aber trotzdem links einsortiert ne warte mal warte mal wir haben die dreier wir haben die warte mal backer lords hat zentral gespielt quadwo gegen bretschneider kannst du rausnehmen die haben sich komplett getauscht ich muss ich muss an dieser stelle sagen dass die zweite halbzeit nur schnell überflogen habe weil ich arbeiten du brauchst nicht die leistung an sich bewerten die frage die ich mir auch nur stelle ist ganz einfach warum hat quadwo hinter fälscher gespielt quadwo hat den dritten verteidiger gemimt in der dreierkette und rolf davor weil quadwo links fuß ist ja und dass du meinst dass die gefahr und die gefahr eines auf der seite ungewohnten eines auf der seite ungewohnten verteidigers auf der auf der fünferketten position nicht so hoch ist wie in der dreierketten position ja gut aber fälscher hat die ungewohnte seite was ich jetzt meinte ist ganz einfach fälscher hat ja schon öfter auch in oder was heißt öfter hat ja schon in der dreierkette hinten rechts gespielt zumindest hat er diese saison schon genau dreierkette hat aber schon gespielt und für quadwo haben wir ja auch festgestellt dass er besser als schienenspieler aufgehoben ist als wenn er da in letzter letzter front agiert ok also deine deine these ist falsche aufstellung du hättest die getauscht ja oder ich hätte fälscher da für die position gar nicht gebracht du kannst mir doch auch nicht erzählen dass kein spieler da in der dritten liga nicht als auch mal als links fuß oder auf der linken seite agieren kann ganz ehrlich dann hättest du weiß nicht jetzt auch komplett umgestellt keine ahnung aber weil das war für mich völliger falscher schachzug denn konnte man ja auch in vielen situationen erkennen auch fälscher da überhaupt nicht richtig aufgehoben in der situation also ich weiß nicht schwierig auf jeden fall gehe vielleicht jetzt auch ein bisschen hart ins gericht muss jetzt auch nicht unbedingt sein aber ja also ich finde finde wenn wir jetzt mit dem spiel fast durch sind man darf trotzdem eine sache nicht machen man darf jetzt nicht alles schlecht reden ja es gibt viele dinge die scheiße gelaufen sind in dem spiel aber wir haben hier tatsächlich und wir sagen jedes mal jedes mal wenn wir gut spielen relativieren wir das indem wir sagen wir haben ja nur gegen den gespielt wir haben ja nur gegen den gespielt oder was auch immer jetzt spielen wir nicht gut ja und verlieren bei einem aufstiegskandidaten der gerade zweiter in der tabelle ist mit 2 zu 1 so das ist erwartbar aber das ist aber mir ist das zu leicht nachdem ich das gestern gesehen habe nein ich mache es nicht leicht ich will damit nur sagen dass die sachen die in den letzten wochen verbessert waren oder verbessert wurden jetzt auch nicht alle hinfällig sind wenn du die beiden dicken böcke nicht schießt gehst du vielleicht sogar ohne gegen tor aus braun schweig nach hause verstehst du es sind aber dafür musst du was machen dafür musst du was tun und in dem spiel hast du von vorne bis hinten sagten ja auch alle nach der nein ich will ja auch das gar nicht ich will es auch gar nicht kritisieren was du gesagt hast das einzige was ich additiv noch sagen möchte lasst uns nicht alles komplett jetzt wieder schlecht reden ja stimmt schon stimmt schon da hast du auch vollkommen recht nur trotzdem ärgert das einen natürlich den man da hier entweder mit ins stadion also der moritz schrieb es ja auch gerade gott sein bin ich nicht gefahren ich meine solche aussagen von fans mit aufzunehmen die sich freuen dann noch nicht ins stadion gegangen zu sein das ist ja auch ein trauriges bild denn nochmal diese interviews immer nach dem spiel und ich meine die hören wir uns ja seit zweieinhalb jahre auch immer an wir kamen nicht in die zweikämpfe ja warum denn nicht warum denn nicht ich meine jetzt sagtest du gerade wieder und das haben ja auch einige leute geschrieben braunschweig ist nicht türkücü ne sind sie auch nicht schon klar aber ey mal bitte wenn wir gleich zur spielnote kommen was hat denn jetzt braunschweig dafür getan dass die gestern 2-1 gegen uns gewonnen haben die haben einmal das eine tor nach einem einwurf gegen uns gemacht und dann haben die das zweite tor nach einem katastrophenpass von knoll der es eingeleitet hat erzielt also mehr mussten die ja auch gefühlt gar nicht machen die wurden doch gestern gar nicht gefordert war ja jetzt nicht so dass da der tabellen zweite oder dritte gespielt hat und uns in grunem Bohnen gespielt hat war ja das war eine Wechselwirkung zwischen den beiden Mannschaften und jetzt kommt der nächste blöde Spruch ein Pferd springt immer nur so hoch wie es muss definitiv das einzige Pferd was im Moment ein bisschen höher springt wenn sie denn mal in Führung liegen sind die Bayern genau die nicht müde werden dann wollen wir es jetzt aber auch relativ schnell abhandeln und wir wollen es aber auf der anderen Seite nicht unter den Teppich kehren dann gab es natürlich noch eine riesen riesen Chance und zwar von Orhan Ademi nach schönem Zuspiel von Felcher glaube ich der es auch mit eingeleitet hatte auf Ademi der dann wiederum so ein bisschen den Ball in der Rücklage hat aber trotzdem noch den Pfosten trifft der Abpraller landet dann bei Felcher und dann ich will ihm jetzt gar nicht großartig den Vorwurf machen trotzdem müsste man jetzt eigentlich sagen den muss man machen als Profi erst recht wenn man mal mit Zlatan Ibrahimovic zusammen gespielt hat da muss man den machen Zlatan hätte ja jetzt gesagt du Rolf lass mich mal geh du mal nach Hause und dann ist es halt ein Abschluss in die Wolken von daher ja wäre das nochmal ein Anschlusstreffer gewesen da hätte man auch noch ein bisschen mehr Zeit gehabt denn am Ende des Tages kommt der MSV nochmal ran er zielt nochmal den Anschlusstreffer durch ja haltet euch fest liebe Leute Tobi Fleckstein ist am Start und schießt dort das 1-2 ich sehe es gerade nochmal im Hintergrund Stoppkampf bringt den Freistoß rein dann gewinnt Boadus den Zweikampf dann kommt der Ball über Umwege zu Fleckstein der aus der Drehung schießt und dann sind es glaube ich so gute 11, 12, 13 Meter aus der Drehung und netzt dann nochmal ein dann gab es nochmal ein bisschen Gerangel um den Ball glaube ich MSV hatte anderthalb Minuten auf Uhr und dann auch ganz ehrlich ey boah wir sind ja dann noch nimmer als mehr in der Lage irgendwie den Ball zumindest einmal nach vorne zu drischen dann verwickelst du dich dann haben wir den Ball fast gar nicht mehr boah ja aber dann verwickelst du dich da in Laberei in unnötige Fehlpässe dann Quattwo wieder den noch extra bewusst wegschubst an sich dann anstand sich mal da clever anzustellen naja gut ist halt wie es ist und ja dann hast du es ja gerade schon angesprochen nach dem Spiel Fleckstein im Interview und auch Hagen Schmidt Hagen Schmidt dann nachher auch bei der Pressekonferenz hat mir nicht gut gefallen das Interview muss ich ganz ehrlich sagen das habe ich nicht gesehen erklär mal ein bisschen ja war mir zu viel so ja war mehr möglich und bla 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 ne also sagte ja sogar Fleckstein hier war eigentlich aufgrund dessen dass wir nicht richtig reinkamen wir waren heute einfach schlecht irgendwie so gefühlt und da bin ich halt lieber jemand der sagt klare Kante und klar wird er jetzt nicht klar wird nein er geht doch jetzt nicht hin ist mir schon klar genau ne für mich als Fan trotzdem zusammenfassend kann ich dann jetzt halt in dem Fall nicht so richtig hinnehmen und sagen dies und das und jenes er sagte ja auch auch korrekt korrekt das 1-0 hätte so vielleicht in dem Fall auch gar nicht fallen können wenn vorher ähm das und das nicht passiert wäre ist auch egal ähm am Ende des Tages steht da jetzt eine 2-1-Niederlage aus meiner Sicht äh eher trostloser Auftritt unserer Mannschaft echt schade dass wir dort den Rückenwind jetzt aus den zwei Mannschaften äh zwei Spielen zwei Siegen nicht mitgenommen haben haben sich natürlich viele viele Leute jetzt wieder geärgert aber auf der anderen Seite ja geht es dann jetzt auch nächsten Samstag weiter gegen Viktoria Köln glaube ich ne ich versuche es nochmal ähm ein Bier in Block 4 Stefan ja ja also Meppen auf jeden Fall nächsten Samstag ne 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 nächsten Samstag habe ich meiner Frau eigentlich auch schon Bescheid gesagt ähm ich hatte es ja vorhin ganz am Anfang versuchst du gerade siehst du dich gerade im Bild und versuchst deine Geheimratsecken abzudecken ja ja genau habe ich das richtig entdeckt ja ja hast richtig gesagt nee aber das ist hier Geheimnitz der Mütze ne ja sollte machbar sein diesmal und Jungs und Mädels kommt dort einfach vorbei und dann feuern wir der MSV an dieses Spiel ging auf jeden Fall dann also hier verloren mit 2 zu 1 und ähm ja der MSV bleibt natürlich dann hinten drin und kann dort keinen weiteren Boden gut machen mit Blick auf ich habe es gar nicht mehr so im Detail gesehen ja doch ich habe mitbekommen heute glaube ich dass Vermeet zwei Tore gemacht hat für Freiburg 2 dann die Borussia aus Dortmund hat noch 2-3 verloren gegen Wiesbaden das sind so die Spiele die dementsprechend heute noch stattgefunden haben Würzburger Kickers für uns vielleicht noch na weiß ich gar nicht ob das für uns interessant ist aber 2-4 gegen Magdeburg und fair ich finde Viktoria Köln ist tatsächlich wirklich interessant ist 5 Punkte vor uns glaube ich und da haben wir wirklich jetzt ein wichtiges Spiel da haben wir wirklich ein wichtiges Spiel das ist so die Kategorie Halle-Viktoria Köln das ist das wo wir hingucken müssen ähm und natürlich nach unten keine Frage genau also der MSV mit 29 Punkten nach dieser Niederlage Tabellenplatz 15 hat aktuell 3 Punkte vor auf Türk Gücü aktuell sage ich extra hat aber auch noch ein Spiel mehr und ja bleibt auf jeden Fall spannend und du hast es gerade schon angesprochen dann nächste Woche gegen Viktoria Berlin äh Köln meine ich sorry äh 5 Punkte vor und äh das ist so das nächst Wichtige kommen wir aber nochmal dann warte ich sehnsüchtig auf die Terminierung der nächsten Spiele denn äh ich möchte nach Kaiserslautern fahren und das steht noch nicht fest ob es ein Samstag ist boah da würde ich auch gerne hinfahren da müssen wir auch nochmal gucken da würde ich auf jeden Fall gerne hinfahren alleine zweiter vierte zweiter vierte ist der Samstag wenn es ein Samstag ist alleine um schon dort ein bisschen äh Material auch aufzuzeichnen für unseren Kanal denn ich bin ja ein riesen Freund von Betzenberg und äh ja schauen wir mal ja Micha kommen wir noch zu so zwei drei unschönen Kategorien und unschönen Szenen äh die Spielnote ich überlasse ich überlasse dir den Vorrang und stimme dir bei beiden zu ja ähm schwierig schwierig bis auch bis leicht irgendwie gefühlt ich geb ne 3 ich geb weil mir es wirklich gar nicht gefallen hat wirklich gar nicht und da würde ich alleine wirklich nur vorsicht du musst noch Platz nach unten haben weil es gab schon schlechtere Spiele ja aber mir hat wirklich nur das Tor noch maximal Freude bereitet ansonsten waren ja so viele Dinge hatte ich dir ja auch gerade ich hab's ja auch glaube ich gerade alles erwähnt deswegen brauchen wir jetzt kein weiteres Fazit ziehen ich bin da auch eher so bei einer 1,5 bis 2 irgendwie sowas hindrehen wow krass ok also ich finde ein 2 zu 1 in Braunschweig tatsächlich äh weitaus besser als eine 6 Gegentore Niederlage zu Hause stimmt stimmt definitiv ich weiß nicht aber da werde ich wahrscheinlich 0 gegeben haben da werde ich jetzt keine 2 gegeben haben und 0 ist ja schon das Schlechteste und gemessen daran man kann ja jetzt auch wieder in alle Richtungen argumentieren ich fand die Leistung einfach grottenschlecht also fand ich nicht gut Zebra of the Week haben wir auch noch ganz kurz ganz kurz vielleicht könnten wir einmal bevor wir Zebra of the Week machen einmal schnell hier wir haben einen User der hier gerade schreibt wir vom FCK haben eine Rabattaktion für das Spiel gegen Duisburg die Tickets für Lauterer sind günstiger also könnten sehr viele auf den Betze kommen heißt doch aber nicht lieber FO-1 dass wir weniger Auswärts Kontingent bekommen und Frage im April ist alles wieder offen ich stelle mal die Frage in die Runde hier an FO-1 wie viele Tickets dürft ihr ausverkauft werden dürfen wie viele Auswärtstickets habt ihr grundsätzlich die ihr vergeben könnt so Stefan sorry nee nee ist ja richtig berechtigte Frage aber kann er ja gleich mal reinschreiben grüße in die Files schreibt auch der SN also sagt einfach mal Bescheid ja der eine oder andere gibt hier auch noch mal ein paar Punkte ab und dann kommen wir jetzt auch schon zum Zebra of the Week vielen Dank wie immer natürlich in jeder Folge auch an den Nico Nico Herberts der hier wieder ein paar wunderbare Folien mit reingegeben hat echt schwierig bei so einem Spiel jetzt wieder hier irgendwie so ein Spieler des Tages rauszunehmen ja der Volker schreibt jetzt gerade Zebra of the Week für mich wenn wir jetzt mal wegkommen von diesen Geschichten dass wir schon öfter mal auch Fans oder auch mal keinen und dies und das versuche ich jetzt fünf Busfahrer reinnehmen ja aber versuche ich jetzt wirklich noch mal auf die Spieler also noch mal ich habe ja gerade gesagt wer mir gar nicht gefallen hat das war unter anderem das war Backerlotz und Knoll in der vorderster Front dann war das für mich das was ich bewerten konnte ja du hast gerade ausgeklammert die ganze Geschichte hat es gesagt Brettschneider der hatte mir aber auch am Anfang ohne die Verletzung hatte mir auch schon gar nicht gefallen würde ich aber jetzt auch nicht bewerten wollen ist ganz klar dann hätte ich vielleicht noch im positiven Sinne alleine wegen dieser Grätsche Quadwo war am Ende des Tages aber auch trotzdem viel zu schlecht ich sage ganz ehrlich und da habe ich ja auch in unserer Kicktipp Gruppe geschrieben mir hat Frey den hast du zwar jetzt auch nicht so gesehen und klar der hatte jetzt auch nur eine Glanzaktion im Spiel mit dem Pass aber ich fand das war noch jemand der hat öfter mal eine Seitenverlagerung hinbekommen der hat sich angeboten der ist mir jetzt auch nicht so richtig negativ aufgefallen wo ich mich dann auch gewundert hatte dass der eine oder andere das im Kicktipp Chat so reingeschrieben hatte dass er ihn so schlecht schlecht sieht ich fand Frey jetzt eigentlich gar nicht deswegen habe ich ihn noch im Mittagrund eingeblendet gar nicht jetzt so mega schlecht von den schlechten also von daher weiß ich gar nicht ob ich es wählen könnte du enthältst dich ja ich habe wirklich keinen dann höre ich vielleicht nochmal auf die Leute was die jetzt so schreiben ich tue mich wirklich sehr sehr schwer bei diesem Spiel Zebra of the Week zu nehmen wirklich nicht einen guten Ball guten Ball von Frey ein Tor von Fleckstein Fleckstein könnte man so machen das sind die einzigen Gründe die für mich hier für einen zu nehmen dann lass uns das doch dann lass uns das doch so machen haben wir ja schon öfter auch mal gemacht dann stellen wir die Beine einfach nochmal zur Wahl ab morgen und dann sollt ihr einfach entscheiden wir geben das jetzt einfach mal ja aber auch geil Moritz Stoppeking Zebra of the Week John Yeboah wegen dem Hype ja Neudorfer Zebra schreibt auch handfrei auch ganz okay ja wir tun einfach mal frei und Fleckstein mit in die Verlosung und in die Abstimmung rein jetzt haben wir trotzdem jetzt haben wir ja trotzdem schon eine Stunde und zehn und ihr sollt auf jeden Fall dranbleiben wird sich noch lohnen für euch gibt nämlich noch interessante News zu dem Spiel am Mittwoch und gibt Stream Tickets zu gewinnen ich weiß gar nicht ob ich es heute schon mal erwähnt habe kommen wir aber zu den Stimmen des Tages denn dort haben wir wieder wie bekanntlich immer bei Instagram aufgerufen um dort mal eure Stimmen einzufangen also das heißt wenn ihr uns bislang noch nicht folgt könnt ihr gerne tun könnt dort auch nochmal euren Senf dazugeben und zwar der MSV warte zack der MSV Christoph schreibt 2-1 gegen eine Spitzenmannschaft ist keine Schande Mittwoch und Samstag zwei Siege holen und alles ist gut nur der MSV ja kann man auch genauso unterschreiben und sehen nachdem ich jetzt gerade schon negativ war ist das aber natürlich die positive Antwort da drauf von daher passt das ich hoffe übrigens Christoph da du ja auch aus der Gegend kommst dass du und mich ja äh dass du mich und mich ja dann auch im Auswärtsspiel in Meppen begrüßen wirst ist übrigens also dann auch einer auf den ich große Hoffnung setzen werde Meistermeister 98 der MSV ist wieder da Gembalis und Knoll Totalausfall Gembalis habe ich übrigens auch sehr sehr schlecht gesehen zumindest in der zweiten Halbzeit mich ja äh Devin Hengst schwache Leistung zittern bis zum Ende und Endspiel in Verl geil da freue ich mich auch drauf wenn Verl dann in Lotte spielt Wahnsinn Tom 249 Braunschweiger Anti-Fußballer hoffentlich steigen die nicht auf Borzi 47 Fleckstein Interview hat es perfekt beschrieben beschrieben sorry dann Mattes 47 heißen die alle 47 hier Wahnsinn Mattes 47 findet die Leistung inakzeptabel Auswärts Mob hätte mehr verdient schreibt gleichzeitig aber auch noch Adjani Fälscher unterirdisch Nils Petendorf MSV auf der Road zu 73 Gegentoren in 38 Spielen und Ruhrpott Zebra sagt ein Punkt war drin schade dass wir unsere Chancen so leichtfertig vergeben haben also im Prinzip ihr seht schon wenn man es so ein bisschen unabhängig macht und jeder kann seinen Senf gerne da reingeben es gibt halt auch immer unterschiedliche Meinungen die respektieren wir natürlich hier jeden Sonntagabend und das ist auch vollkommen in Ordnung so von daher denke ich mal können wir das so mehr oder weniger auch schon stehen lassen ja ich denke mal wir haben jetzt hier so richtig viel schon abgehandelt trotzdem zu diesem Spiel freue mich auch dass trotzdem so viele aktiv von euch dabei sind und würde sagen Micha jetzt gibt es da noch so ein Ereignis was am Mittwoch bevorsteht und ich weiß kurze Info für dich die 47 ist die Postleitzahl von Duisburg das wird der Grund sein für die Benutzernamen die 47 ist auch die Postleitzahl von Mörsen naja logisch aber aber ich vermute mal dass sie deswegen die 47 haben weil die Duisburger Postleitzahl 47.000 ist du bist ja auch die du bist ja auch 47 Jahre alt aber jetzt jetzt wird es aber jetzt jetzt ziehe ich mich wieder aus der Affäre denn am Mittwoch spielt der MSV in Filbert gegen die SSVG und ja da gab es ja auch mal so ein Spiel vor ich glaube zwei oder drei Jahren damals noch Leroy Jack Mickles für Filbert unterwegs und dann ist es am Mittwoch also soweit die Pottbolzer die werden das Ganze unter der Regie von Stage natürlich moderieren und kommentieren in welcher Form wir da also unterwegs sind müsst ihr schauen müsst ihr mal reingucken denn da sind wir gerade noch so in der Findungsphase wer jetzt welchen Part so macht und übernimmt gleichzeitige Info der Hobby ist auch mit dabei den habe ich heute noch mal separat angefragt über meine Arbeit halt dass wir da am Mittwoch dann ein schönes Rahmenprogramm für euch auf die Beine stellen werden Presseabteilung vom MSV ist informiert also auch dort wird es wie gewohnt bei den Streams von Magenta im Vorfeld natürlich auch Interviews Interviewpartner und Gäste geben die das Ganze so ein bisschen aufbereiten werden Stream beziehungsweise Spiel kostet 5 Euro ist eine Mehr- oder Multikamera Produktion also feinste Qualität am Start und ich denke mal dann wird sich das Ganze auch relativ lohnen am Ende des Tages für alle Zebra-Fans denn der Micha hat es ja vorhin auch erwähnt es gibt leider keine Tickets für die Auswärts-Mannschaft oder Auswärts-Fans in dem Fall und deswegen sind wir dann beide einfach am Start oder? Ja also ein MSV-Spiel zu kommentieren ist natürlich eine schöne Sache und dann auch das eine oder andere Interview zu führen mit Sicherheit also für uns auf jeden Fall eine schöne Sache ich freue mich drauf und ich hoffe der eine oder andere von euch hat auch die Möglichkeit das Spiel sich online anzusehen vielleicht gewinnt ja der eine oder andere sogar gleich noch ein Ticket Definitiv der Andreas schreibt gerade schon 10.000 Duisburg in Vellbert ja ich kann euch sagen es ist ja so ein kleines Schmuckkästchen für die Oberliga vielleicht auch demnächst für die Regionalliga das ist auf so einem Gelände entstanden da gab es mal glaube ich so eine Mülldeponie oder so da habe ich auch schon mal den einen oder anderen Fan Stibitzen sehen also hinter so einem Zaun also ich weiß nicht ob das der richtige Weg wäre Mittwochabend denn dann gibt euch das lieber für entspannte 5 Euro und dann passt das schon und ihr seid dabei denn ich glaube mit einem guten Kommentar ja mit einfach einem souveränen und fachgerechten Kommentar denn wir beide wenn wir uns neutral halten werden sind wir natürlich dann wisst ihr schon mal dass die Kommentatoren die das Spiel für euch kommentieren auf jeden Fall auf eurer Seite sind plus also nochmal ich habe den Hoppy angefragt ich habe sogar Christian Straßburger angefragt wir haben beim MSV Duisburg werden wir ein paar Leute kriegen auch für die Leute aus Felbert ist was dabei dass wir da auch nochmal eine Stimme einfangen denn die spielen ja auch mit dem einen oder anderen ehemaligen Profispieler ja das schauen wir einfach mal also weißt du wer der Trainer ist und wer Co-Trainer ist soll ich es dir sagen sag es mir Hüseyfi Dogan ist den kennt man aus Hüseyfi oh jetzt kommt hier gerade ein Gespenst rein mein Sohn ist gerade hier angekommen ein paar Tagen war das einfach würde ich sagen oder machen wir ich kümmere mich jetzt darum auf jeden Fall Timo Aachenbach kennt man aus Alemannia Aachen ehemaliger Profi Co-Trainer und dann würde ich sagen sehen wir uns am Mittwoch Micha genau und ihr habt die Möglichkeit wenn ihr den YouTube Kanal kommentiert beziehungsweise das YouTube Video kommentiert nachher wenn das Ding abliegt könnt ihr eins von zwei Stefan eins von zwei Streamtickets gewinnen genau genau so ist es ne also ich glaube wir haben hier entspannt durchgeführt haben wir trotzdem aufgrund der aktuellen Geschehnisse unser Bestes getan ich kann an dieser Stelle nur noch mal sagen vielen Dank für euren Support in der letzten Woche und auch in hoffentlich dieser Woche wir sehen uns am Mittwoch das wichtigste ist glaube ich dass wir alle jetzt kühlen Kopf bewahren dass wir alle uns solidarisch zeigen der ganzen Geschichte gegenüber und dann werden wir auch diese Krise meistern nachdem wir in den letzten zwei Jahren schon mit ganz anderen Dingen fertig geworden sind und dann schauen wir einfach mal ich würde sagen bleibt auf jeden Fall gesund gesund und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Woche zu 19.02 um 21.00 Uhr am Sonntagabend und alle anderen da draußen dann am Mittwoch mit Micha und Stefan am Mikrofon live vor Ort in Felbert ich sage kommt gut durch die Nacht bleibt gesund und nur der MSV ciao ciao jetzt hast du ja den deinen Sohn doch nochmal ganz kurz ruhig gekriegt hast du ihm ein Köpi an den Hals gedrückt oder was passiert also mein Kind schläft ist bisher toi 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 nicht wach geworden liebe Leute habt eine schöne Woche bleibt gesund passt auf euch auf und ja wir drücken uns allen die Daumen dass die Situation in der Ukraine sich so schnell wie möglich entschärft und so wenig wie möglich weitere Opfer ja es so wenig wie möglich weitere Opfer geben wird so dem MSV drücken wir die Daumen und wir reden drüber am Mittwochabend ja gehabt euch wohl ciao ciao ciao